Die Niederländer Die Niederlande trifft zum Klassiker zwischen den Niederlanden und England. Deutschland-Bezwinger Niederlande trifft beim Finalturnier der Nations League 5. bis 9. Juni 2019 im Halbfinale auf den WM 4. England. Das ergab die Auslosung am Montag in Dublin. Das zweite Halbfinale bestreitet Gastgeber und Europameister Portugal gegen die Schweiz. Die Sieger ziehen ins Finale ein, die Verlierer spielen um Platz 3. Austragungsorte sind Porto und Guimaraes. Das Nations League Finalturnier 5. Juni, Portugal, Schweiz 6. Juni, Niederlande, England 9. Juni, Spiel um Platz 3 und Finale von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017